Herr Gladbach, um den Abstieg gekämpft, dies Jahr ein Riesenerfolg mit der Mannschaft kann ja noch viel, viel besser werden. Woran liegt es denn diesmal? Ja, ich glaube, dass es insgesamt sehr gut klappt. Wir haben absolut ausgeglichenen Kader, jeder ist zu ersetzen. Und wenn einer mal auf der Bank sitzt, muckt er nicht gleich auf, sondern wir haben Ruhe im Verein und ich glaube, das ist ganz wichtig. Welche Rolle spielt denn der Trainer? Ja, ich würde sagen mit der größten. Und der Stefan Effenberg? Eine kleine.